Hallo, ihr Quirlinge! Jack the Exalp, die Bestie von XarCore, ist soweit. Er kann jetzt allen drei Fraktionen beitreten, meine ich. Und ich habe vor, um mir die Steam-Errungenschaften zu holen, jetzt einmal den Klerikern beizutreten, dann einmal den Berserkern beizutreten und dann am Ende den Outlaws beizutreten. Das mit Klerikern und Berserkern mache ich dann durch das Laden entsprechender Save-Games wieder rückgängig. Da geht es mir nur um die Steam-Errungenschaften. Und der Beitritt zu den Outlaws, der bleibt dann. Warum die Outlaws? Hat mehrere Gründe. Erstmal die rollenspielerischen Gründe. Jacks hat sich jetzt mit allen drei Fraktionen angefreundet und im Herzen ist er immer noch ein Alp. Ich lasse ihn ja auch weiterhin Elex-Tränke schlucken und dergleichen. Also eigentlich, ja, er ist von seiner eigenen Fraktion verraten und verkauft und verstoßen worden. Dennoch sieht er die Alps als seine Fraktion an. Ich habe mir noch nicht entschieden, ob ich jetzt eher zu den Separatisten tendiere oder zu den nicht-separatistischen Alps, aber halt Alps. Und er hat sich jetzt hier alle Fraktionen genauer angeschaut. Er weiß, er muss einer beitreten, um hier irgendwie weiterzukommen. Und das kann er nur so machen. Kurz überlegen. Das kann er nur so machen, dass er einer Fraktion beitritt, die halt am schwächsten ist, am wenigsten gut organisiert. Er will ja nicht durch seine Arbeit eine Fraktion aufbauen mit noch Wissen über Alpsicherheitsanlagen, Alptechnologie, Alpstrategie, Alptaktik, Alptruppenstärke und so weiter und so fort von sich geben. Und dann wissen die das und werden dann stärker als je so vor. Und da sind eben die Kleriker und die Berserker die größere Bedrohung. Die Kleriker aufgrund ihrer Technologie und ihrer religiös-fanatischen Hingabe und die Berserker aufgrund dieses Geheimnissesollen Manas, das die Alps ja als Bedrohungsquelle identifiziert haben. Genau. Und die Outlaws, die haben eigentlich überhaupt nichts. Sie haben gar nichts, damit sie den Alps gefährlich werden könnten. Deshalb tritt er den Alps bei. Das ist Grund Nummer 1. Grund Nummer 2. Der Duke Logan mag zwar ein Arschloch sein, aber er ist der Einzige, der bisher mit einer üppigen Zahlung von immerhin 1000 Splittern ganz offen und freiherzig um die Gunst des Helden gebuhlt hat. Er hat gesagt, hier tritt uns bei, hier 1000 Elixit. Das war natürlich etwas anderem Zusammenhang, aber am Ende war das das Resultat. Das war irgendeine Questbelohnung. Wie war das? Das war die Summe, mit der die Kleriker ihren eigenen Typen aus den Klauen der Outlaws freigekämpft haben. Frank hieß er. Da hatte irgend so ein Kleriker ihm hier 1000 Elixit in die Hand gedrückt, von wegen Kauf unseren Typen frei. Das hat Jax gemacht und dann hat ihm Logan Post wendend die 1000 Elixit wieder in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier zieht das als kleine Entscheidungshilfe, uns beizutreten, so sinngemäß. Das hat bisher kein anderer gemacht. Alle anderen, die Chefs der anderen zwei Fraktionen, haben ihn eher herablassend und dann wird man das regelkonform behandelt, also regelversessen eher. Und das schmeckt ihm nicht so. Und ich glaube, das wäre der Grund Nummer zwei und der dritte Grund wäre, der bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, schlussendlich ist der Jax von den Outlaws in Summe weniger beschwindelt worden als von den anderen Fraktionen. Also die Outlaws mögen absolute Arschlöcher sein und unorganisiert und Penner und sonst was, gewalttätig, dumm und ja, sucht euch weitere negative Adjektive aus. Aber in Summe haben es ihn weniger beschwindelt als alle anderen. Wenn ich mir daran denke, was in Goliath da alles für Geschichten erzählt worden sind, und wie verlogen die Berserker-Gesellschaft ist, bei den Outlaws weißt du, woran du bist. Punkt. Da wird relativ wenig gelogen. Relativ. Und hier bei den Klerikern ist es ähnlich. Ich fürchte ja auch, dass dieser ganze Glaube auf einem großen Missverständnis oder einer großen Lüge basiert. Das habe ich zwar noch nicht aufdecken können, aber ich glaube, das kommt noch. Und Jax ahnt das bereits, so ein bisschen. Und deswegen, ne, gefällt ihm das auch nicht. Das ist ja rollenspielerische Grund Nummer 3. So. Und dann gibt es noch einen nicht-rollenspielerischen Grund, warum ich in meinem Let's Play den Outlaws beitreten werde. Nämlich, das ist der Grund, oder der Grund ist, dass es bisher nur sehr wenige Let's Player gibt, die die Outlaws gespielt haben. Das ist ja ungefähr so die Verteilung. Ungefähr 25 bis 30 Prozent aller Spieler treten den Klerikern bei. Ungefähr die gleiche Sorte, also Anzahl von Spielern, tritt den Berserkern bei. Und nur 10 bis 15 Prozent treten den Outlaws bei. Das ist ungefähr der Stand so Ende Juni, Anfang Juli 2018, wenn ich das hier halt gerade aufnehme. Das ist schon ein eklatanter Unterschied. Also die Outlaws sind sehr, sehr unsympathisch offensichtlich. Und das heißt aber auch, dass die Outlaw-Questen kaum einer kennt. Weder aus seinem eigenen Spiel heraus, weil das ja gerade die Verteilungen nicht der Let's Player, sondern der Spieler gewesen sind. Also weder aus seinen eigenen Spielen heraus, noch aus den Spielen der Let's Player kennen die Zuschauer von Elex Let's Plays, die Questen der Outlaws. Das ist ein weiterer Grund, warum ich dann halt die Outlaws spiele. Aber das ist halt nicht rollenspielerisch, das ist halt Off-Character. Wie man so schön sagt. Genau. Jetzt lange Rede kurzer Sinn. Jetzt habe ich lange rumgelabert. Jetzt werde ich das mal tun. Ich werde jetzt einmal speichern. Dann geht es da hinten zu Reinhold. Dann hole ich mir den Einlauf meines Lebens ab, weil der mittlerweile ja weiß, dass der gute Siegfried, den ich als Elex-Schmuggler angeschwärzt habe, eben kein Elex-Schmuggler war, sondern vermutlich aus Wald. Aber, ja, auch an den Einlauf kann man überleben. Speichern. Also Reinhold, komm mal. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Hast du dich also entschieden? Ja, nehmt mich in eure Reihen auf. So sei es. Nun ist es also soweit. Unsere Suche nach neuen Rekruten für unsere Sache war wieder einmal erfolgreich. Wir dürfen heute ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft willkommen heißen. Er war ein heimatloser Wanderer. Er war ein Ausgestoßener und auf der Suche nach seiner Bestimmung. Doch ab heute ist sein Weg klar. Fest im Glauben an Kalan und mit großem Mut wird er seine neuen Aufgaben meistern. Ja, wir hatten oft Probleme mit unserem Nachschub und viele Entbehrungen zu beklagen. Doch die vielen Jahre des Wartens und des Krieges haben uns nur noch stärker gemacht. Und wir werden nicht ruhen, bis das Unheil des Elex von dieser unserer Welt verbannt ist. Ja, wir sind jetzt noch wenige. Doch unsere Zahl wird sich bald schon wieder mehren. Zaudert nicht, meine Freunde. Solange uns so gute Männer wie dieser hier sich uns anschließen, gibt es guten Grund zur Hoffnung. Geh nun. Erfülle uns mit Stolz. Und gib denen deinen Zuversicht und Erlösung. Kleriker von Ignatron. Ich wäre jetzt hier irgendwas, das ist völlig egal. So. Ich habe doch auch nicht vor, das jetzt hier in die Länge zu ziehen. Oh, guck mal hier. Schick. Aber trotzdem, laden. Dann geht es zu den Berserkern. Da habe ich noch eine Queste abzugeben. Das muss ich in jedem Fall tun. Also, zum Hotel in Goliath. Zack. Ach, es regnet. Das ist übrigens der nächste Grund, warum ich auf keinen Fall den Berserkern beitrete, weil hier regnet es ständig in meinem Let's Play. Und ich meine wirklich ständig. So, hier gibt es noch eine Queste wegen Ignatron. Oh, hier. Was ist denn hier los? Ach so, stimmt. Natürlich. Also erst mal das hier. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. 400 Schmetter. Ich bin im Vor gewesen. Dann raus damit. Was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Aufbruch zu fernen Ländern abgeschlossen. Und dann hätte ich noch die Geschichte. Das ist diese Hauptquest, gerade von den Klerikern. Die mache ich auch in jedem Fall. Also hier. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Okay, das ist dann durch. Und das hier kann ich ihn auch mal fragen. Ich bin Thorald begegnend und er war, naja, sagen wir, sehr beschäftigt. Hm, nun, wenn das wahr ist, dann wurde dir die Ehre zuteil, einen der größten geistigen Anführer kennenzulernen, die Edan je gesehen hat. Er wird schon wissen, was er tut. Und ich hoffe, er kann bald wieder bei uns sein, wenn seine Mission erfüllt ist. Tja, aber bis es soweit ist, haben wir hier unsere eigenen Probleme in Goliath zu lösen. Okay, dann erst mal weg. Weil das, was ich gerade hier mit ihm geklärt habe, ich auf alle Fälle so beibehalten will. Deswegen jetzt speichern. Und dann. Ich bin bereit, den Berserkern beizutreten. Du hast also den Wert unseres Volkes erkannt. Dieser Schritt wird endgültig sein. Schlägst du dich einmal auf unserer Seite, gibt es kein Zurück mehr. Mach dir das also bewusst, bevor dein Blut diesen Pakt besiegelt. Ich bin mir sicher, meine Wahl soll endgültig sein. So sei es. Viele Jahre ist es her, dass wir am Fuße dieses Berges unsere Bleibe fanden. In den Ruinen der alten Welt fanden wir Schutz und eine Zukunft für unsere Art zu leben. Allein dem Wagemut und der Stärke unserer Krieger ist es zu verdanken, dass unsere Stadt immer noch dem Feind trotzen kann. Sie sind es, die uns vor dem Schicksal der vielen Menschen, die in den schrecklichen Konvertern ums Leben kommen, bewahren. Nur die Mutigsten und Stärksten von uns werden den Krieg gegen die Maschine überleben. Das dürfen wir niemals vergessen. Nun ist die Zeit gekommen, ein weiteres Mitglied in unserer Gemeinschaft aufzunehmen. Er kam zu uns als Fremder, doch jetzt steht er in unserer Mitte und hat sich das Recht erworben, einer der Unsrigen zu werden. Nun denn, Fremder, du hast dich durch deine Taten und deinen Mut als würdig erwiesen. Willkommen in der Gemeinschaft der Krieger und der Magie. Jetzt kann ich hier irgendwas wählen, irgendeine Fertigkeit wahrscheinlich im Zuge der Aufnahme. Das ist aber jetzt auch völlig egal, nehm irgendwas, so, und dann laden. So, alles wieder ungeschehen und dann zu meinem guten Freund Logan. Nein, höre ich nicht. Im Dunkel des Bukes, da ist nämlich mein Freund Logan und hier scheint auch immer die Sonne. Hi. Und das kläre ich auch erstmal mit ihm. Judikate Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Was denn? Soll ich etwa diese Mistkerle auch noch unterstützen? Wer glaubt denn sowas? Erfahrener Feldherr. Ha, dass ich nicht lache. Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass es bei den Outlaws jemanden geeigneten gibt. Ach ja? Das erzähl mal besser nicht meiner Schwester Nasty. Sie würde dir den Kopf abschneiden für diese Bemerkung. Ich sag dir, es gibt niemanden auf ganz Magalan, der besser einen Trupp Kämpfer führen kann als sie. Und jetzt halt dein vorlautes Maul. Verstanden? Ah, schön. Schön, dass diese Quäste ausgerechnet bei den Outlaws weitergeht, weil die will ich ja auf jeden Fall dann noch machen. Und deswegen jetzt einmal speichern. So. Und dann geht's zur Aufnahme bei den Outlaws. Die macht ja bekanntlich nicht Logan, sondern William. Das ist ein bisschen komisch. Und ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich das so mache. Oh, mir fällt gerade ein. Ich muss auch noch die Quäste für diesen Typen hier machen mit seinem Roboter, seiner Wache. Cutter heißt er. Das habe ich irgendwo noch gar nicht gemacht im Haupt. Aber ich glaube, das kann ich auch noch machen, nachdem ich ja beigetreten bin. Ist ja eine Outdoor-Quäste. Warum sollte ich die nicht machen können, wenn ich in Outlaws beitrete? Das ist ja Katsch. Aber erst mal hier, William. Warum hast du Iron Madison getötet? Weil es meine Angewohnheit ist, ungeziefert zu zertreten. Du kannst doch nicht einfach unsere Leute umbringen. Ich dachte, hier tut jeder, was er will. Bist du mir gerade bewusst ans Bein? Glaub mir, solche Aktionen merke ich mir. Setzt du jetzt eine Belohnung auf meinen Kopf aus? Quatsch, du magst ein Arsch sein, aber ohne Nutzen bist du auch nicht. Also, geh wieder deiner Arbeit nach. Es sei denn, du hast mir noch etwas anderes zu berichten. Na klar. Ich will mich den Outlaws anschließen. Du hast deine Entscheidung also getroffen. Alles klar. Dann haben wir jetzt ein paar Dinge zu klären. Also, du hast dich als würdig erwiesen, bei uns aufgenommen zu werden. Das ist eine Ehre für dich. Und ich hoffe, du weißt das auch zu schätzen. Doch muss ich dich warnen. Nur weil du unsere Klamotten und unsere Waffen tragen darfst, heißt das noch nicht, dass ich dir alles durchgehen lasse. Du handelst von jetzt an im Namen des Dukes. Also, komm bloß nicht auf die Idee, uns zu verarschen. Wenn mir zu Ohren kommt, dass du mit den Berserkern paktierst, oder du mit den Klerikern... Na ja, du verstehst schon, was ich meine. Wenn du also nicht im Sinne von... Ähm, na ja, gegen uns, äh, Integri... Integri... Also, gegen... Also, gegen unsere Familie eben. Dann hast du die Konsequenzen. Ähm, du weißt schon. Dann wirst du sehen, was du davon hast. Ist das alles? Nein, natürlich nicht. Du hast selbstverständlich noch deine Pflichten hier zu erledigen. Das heißt, du hast gefälligst auch weiterhin dafür zu sorgen, dass ihr alles in Schuss bleibt, klar? Dafür kriegst du aber auch unsere Ausrüstung und kannst den Kampf mit unseren Waffen lernen. Ähm, ich denke, ich hab mich klar ausgedrückt, oder? Also, erledige jetzt deinen Job und mach dich nützlich, Outlaw von Tavar. Ganz so gut. Das war doch eine Ansprache, genau auf meinem Niveau. So, und deswegen war die, ähm... Ähm, die Fraktionswahlgold richtig. Und jetzt habe ich einen Rang Läufer und hab sogar eine Rüstung bekommen. Moment mal, was ist das für ein Ding? Erstmal checken. Das ist eine Läuferrüstung. Die gibt 50 Parade-Stärke und 16 Rüstung. Ich hatte bisher das hier, glaube ich, ein Schachterhemd. Ja, vermutlich habe ich das gehabt, weil das die höchste Rüstung gibt, jo. Ist jetzt natürlich nicht so besonders toll. Was hat sich bei den Questen getan? Da habe ich jetzt in der Hauptmission abgeschlossen. Vogelfrei? Genau. Also, er ist jetzt nicht mehr vogelfrei, der Held, sondern hat sich jetzt einer Fraktion angeschlossen. Die anderen beiden hier hochlechtnisierte, alliierte und... Wie heißt das? Verbündete aus dem Mittelalter. Die sind ja abgebrochen worden. Und Assimilierung von fremdem Gut ist auch abgeschlossen worden, jetzt warum auch immer. Was habe ich jetzt noch offen? Ich habe jetzt noch offen den Rache-Feldzug. Natürlich, der wird mich noch eine Weile begleiten. Das hier ist irgendwas mit den Alp-Separatisten, nehme ich an. Ulbrichts Großoffensive. Das geht dann wohl bei Nesty weiter. Dann habe ich natürlich noch die Questen der Gefährten. Diese komischen Raketenbohnen, ja, von mir aus. Und der mechanische Wächter, auch richtig. Davon habe ich ja vorhin gesprochen. Okay. Und ich habe auch irgendwie neulich in meiner chaotischen Episode mit den Krallen und dem Elix-Schmuggler im Hort noch ein Buch gefunden. Lies das mal gerade. Oh, das Tagebuch, der Untergang. Dieser Tag war schrecklich. Die Erde bebte, als würde sie komplett auseinanderbrechen. Wir kauerten uns in unserer Höhle zusammen und dachten, das wäre das Ende. Zeit war nur ein loses Gefühl, daher schien es eine Ewigkeit zu dauern, bis die Stille einkehrte. Sie dröhnte in den Ohren, aber wir trauten uns nicht hinaus. Die Angst nähmte uns. Erst nach Tagen, als unsere Vorräte so gut wie aufgebraucht waren, waren wir gezwungen, uns an die Oberfläche zu wagen. Ich gehe mit ein paar anderen in den langen Gang hinauf. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Egal, wohin ich sah, überall gab es Zerstörung. Darüber lag ein Schimmernder Nebel, der nicht von dieser Welt zu sein schien. Ja, das ist wohl irgendwas von einem damaligen Zeit- und Augenzeugen. So, hier ist noch was Neues. Ich habe irgendein... Ach, hier Xanders Kralle, richtig. Sieht wie eine gewöhnliche Kralle aus, hat ein X eingeritzt. Gut. Ah, hier und Katas Trunschüssel und Xanders Trunschüssel. Ah, ja. Schön, schön, schön. Was ist hier neu? Ach, hier dieser Schlüssel, genau. Das ist das Doppelte, die doppelte Erfassung, richtig. Und dann hier habe ich... Was neu? Hier ist noch nichts neu. Keine Ahnung. Gehen wir schon gleich weg. Hier ist was neu. Das Giftkriegerschwert 2, was ich neulich gefunden habe am Außenposten der Kleriker Nignadon. Ich mache hier mal kurz zu. Das ist wieder auf. Jetzt müssten einige der verpackten Kennzeichen weg sein. Jawohl. Dann habe ich hier natürlich jetzt Lernpunkte übrig. Von der Stufe 26 habe ich die Hälfte. Rangläufer. Jawohl. Und jetzt hätte ich hier diesen... Nein. Welchen Baum hätte ich denn auch? Wer ist der? Den hier. Outlaw. Genau. Ich könnte lernen auseinanderschrauben. Das erlaubt ist, hier Teile aus... Danke! Oh, dieser Trottel. Nochmal. Auseinanderschrauben. Erlaubt es dir, Teile aus deinen Waffen zu gewinnen. Ich kann Waffen zerlegen. Nur Waffen. Aha. Munition herstellen. Erlaubt es dir, Munition für Outlaw-Waffen herzustellen. Das ist schön, wenn ich denn die notwendigen Rohstoffe habe. Injektor. Erhöht die Wirkung und die Wirkungsraube von Stimms. Also, obwohl ich den Outlaws beigetreten bin, werde ich mit diesen Stimms relativ wenig rum experimentieren. Ich habe ja vorhin erzählt, aus welchen Gründen rollenspielerisch gesehen Jax den Outlaws beigetreten ist und die Stimms gehören nicht dazu. Denn die Stimms haben den unschönen Nachteil, dass man unter ihrer Wirkung weniger Erfahrungspunkte bekommt. Natürlich, wenn es nicht anders geht, wird es genommen, aber ich habe nicht vor, das jetzt hier irgendwie zu machen. Großartig. mechanische Waffen bauen. Erlaubt dir an einer Werkbank Outlawarten mit mechanischen Verbesserungen unterschiedlicher Art auszurüsten? Aha. Gut. Kapazität. Das ist auch jetzt mal weniger wichtig. Also, Injektor und Kapazität ist jetzt relativ unwichtig. Stimmmarathonicum. Was ist das? Da kann ich das Stimmmarathonicum herstellen. Und damit kann man den Lebenssaft machen, der einem eine Zeit lang die Lebenswege regeneriert. Auch nicht so interessant. Stimmen, Stahlhaut, Bachmacher, Schrott, Scanner. Ja, hier sind die ganzen Stimms. Das ist auch erst mal uninteressant. Ein Interessantesten ist hier Auseinanderschrauben, Munition herstellen, als Fernkämpfer auf jeden Fall das und hier das mechanische Waffen bauen. Gut. Okay. Jo, liebe Gewiederlinge, dann mache ich hier mal Schluss mit diesem Episodchen, weil das jetzt eine ganz gute Stelle ist. Und es geht dann weiter, ich glaube, mit dem Gespräch mit Nesty, weil die ja offensichtlich der Feldherr ist, oder wie man die Feldfrau, die man dem guten Ulbricht für seine Großoffensive gegen die Alps geben muss. Das ist die nächste Hauptqueste, die ich hier habe. Und dann hätte ich noch die Sache zu tun mit der Quest für Cutter. der irgend so ein Teil aus dem Hort will. Und das will ich mir alles noch erledigen. Und danach ging es in den darauffolgenden vielen Episoden gegensamer wieder mit meiner bekannten, liebenswürdigen und pingeligen, petantischen Erkundung weiter. Und die würde mich dann als nächstes auch hier nach Tavar führen. Sowohl örtlich als auch von dem schmiedischen Rollenspielerischen Hintergrund her. So. Und da ist Nesty und mit Nesty wird zu sprechen sein am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin! UNDichi UNDRIVEMM